Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt hier gerade 20 nach 6. Wir sind so vor 20 Minuten aufgewacht und ich werde euch heute mal so ein bisschen mitnehmen, wie unser Morgen hier so, also eine Morgenroutine. Mein Schlucki ist schon im Bad. Die springt gleich mal unter die Dusche. Ja, ich muss da noch langsamer hoch, weil in 10 Minuten steht Esch meistens auf und das ist nicht so ganz leicht. So, der Tag, der beginnt eigentlich bei uns immer damit, dass irgendjemand, also entweder mein Schlucki hier mal die Rollläden durchfährt. So, los, schnell mal ein bisschen Licht reinlassen und dann hier die PCs aufmachen. Gleichzeitig ein bisschen Frühsport strecken und bücken. So, dann vielleicht mal ein bisschen Licht reinlassen hier. Oh, die Nacht hat das, glaube ich, gefroren, ne? Ja, es ist kalt. Ach, mein Schlucki hat schon gesagt, hier ihre Blumen, die werden wohl erfrieren oder so. Wir werden es sehen. Okay, jetzt machen wir da drüben auch nochmal hier. Achso, das Nachtlicht muss noch aus. Zack, das kommt mal wieder zur Seite. Hier haben wir gestern tatsächlich den Ofen an gehabt, ne? Das war irgendwie so kalt und dann gleich die Wäsche draufgestellt zum Trocknen. Und die wärmen immer mit, ne? So, das nächste Placeit. Und das nächste Placeit. Und dann einmal hier die Türen aufschließen. Ich lasse die mal rein. Ja, und obwohl das draußen kalt ist, das muss ja mal gelüftet werden, ne? So, das war ein bisschen Luft hier rein. Und dann den nächsten Rollladen aufmachen. So, zack. Geht der auch mal auf. Dann habe ich mir hier ein neues OPC bestellt. Da mache ich mir immer hier meine tägliche Portion Tabletten. Ich habe ja gesagt, dass ich Heuschnupfenmittel nicht mehr nehme, ne? Aber, ey, hier sind ja wohl so die Pollen losgeflogen. Das ging nicht mehr. Ich brauchte da hier mal Heuschnupfen-Tabletten. Und dann nochmal einen schönen Gruß hier an Dinos 100. Der hat mir hier eine andere OPC-Variante mal empfohlen oder mitgeteilt. Er hat mir gezeigt, ich glaube, das sind diese hier. Die scheinen wohl noch besser zu sein als unsere. Da ist mehr OPC drin. Zwei, vier, sechs Stück über den Tag. Äh, nee, Moment. Ich hatte ja... Mein OPC ist nicht mehr da. Wo ist das denn? Ach, das steht da hinten. Ich habe ja gestern... Ich lese ja gerade hier das OPC-Buch, ne? Dieses hier. Höchst interessant. Gesund, Länge, Leben durch OPC. Und da steht unter anderem drin, dass das das richtige OPC sein muss. Weil irgendwie ist nicht jedes OPC gleich. Aber jetzt muss ich erstmal die Fenster wieder zu hier, wenn es mir das zu kalt ist. Da gibt es nämlich einen Typen, der hat das OPC entdeckt und irgendwie isoliert oder so. Und nur seine Methode soll angeblich die richtige Methode sein, OPC herzustellen oder zu extrahieren. So, mal gucken. Hier sind jetzt also drin OPC 350 Milligramm in einer Kapsel. Und hier sind drin 704 Milligramm OPC in zwei Kapseln. Kein Unterschied, ne? Eine Kapsel hat 350. Zwei haben 704. Sind auch 350 pro Kapsel. Toll. Und ich dachte, das ist irgendwie besser. Also egal. Jetzt erstmal OPC verteilen und dann... Ja, hier muss die Wäsche runter. Und jetzt müssen wir mal langsam den Asche wecken. Der pennt ja noch. Ich mache als erstes mal hier bei eben den Rollladen auf. Moinsen. Guten Morgen. Sind wir schon wach? So ein kleines bisschen wenigstens. Du hast noch eine Minute zum Aufstehen. Also um halb, ne? Eine Minute über halb jetzt. Kriegst du das denn? Mhm. Okay. Wenn nicht, dann wecke ich dich gleich nochmal. Das hier ist scheinbar bei Esch übrig geblieben gestern Abend. Paprika und Gurke. Wie kann das angehen? Also jetzt komme ich gerade hier rein und will Esch nochmal wecken. Und... Hallo? Sind wir schon wach? Ähm... Moinsen. Kommst du hoch? Ja. Okay. Sonst komme ich in drei Minuten nochmal wieder rein. Aufstehen. Nicht vergessen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit mein Schnucki ist. Die ist schon fertig. Ja. Fertig gewaschen und geduscht und geschminkt. Ne, das kommt gleich noch. Schminke, schminke, geht gleich los. Was riechst du eigentlich im Frühmorgen um halb sieben? Meine Morgenroutine. Auch deine? Ja, oder unsere. Also wir sind ja hier zu dritt. Oh. In der Dreiviertelfamilie. Also Max kann ich gar nicht so zeigen, das ist ja oben. Aber der will heute los, ne? Max hat gestern meine Kamera geklaut. Also, jetzt filme ich wieder mit der. Und Esch gerade eben so. Äh, meine Haare. Wie sehe ich denn aus? Ich bin froh, dass da noch Haare sind. Ich glaube, ich höre da oben einen Föhn. Bin mir relativ sicher. Die wollen ja heute auf die Malediv. Und dafür hat er sich meine Kamera gezockt. Geborgt. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen warten, bis Esch mal ins Badezimmer geht. Danach gehe ich dann ins Badezimmer. Und die Zeit nutze ich, um mal hier schnell zu gucken, was an Kommentaren hier geschrieben wurde. Ob ich schon mal was beantworten kann oder nicht. Wie viel kostet mich der halbe Fisch? Gibt es dazu noch Beilagen? Von Sinan 58. Also, der Fisch hatte eine Beilage. Beziehungsweise eine Vorsuppe. Mehr gab es nicht. Der Fisch ist auch leider ausverkauft gerade. Das tut mir leid. Und von Christian Nepietrek kommt hier noch ein Kommentar. Hallo lieber Adrian. Super tolles Video war es wieder. Und bei so einer gemütlichen Terrasse mit Ofen und dabei noch gemütlich Essen bei dem schönen Wetter. Das ist doch herrlich. Und draußen bei der frischen Luft schmeckt es eh gut. Wünsche euch allen einen wunderschönen, sonnigen Freitag. Liebe Grüße, Chrissy. Chrissy, liebe Grüße zurück. Und dir auch einen schönen Freitag. Sabrina Sabotke schreibt. Hey, hat Marie das Waschmittel und das Flüssige selber gemacht? Und wenn ja, was mischt sie da zusammen? Schnucki, hast du dein Waschmittel selber gemacht? Hat sie nicht selber gemacht? Schorsch. Er schreibt immer was Lustiges. Schorsch, schönen Gruß an dich hier. Es wird Zeit zum Addi zu gehen, zum Essen. Lach Smiley. Und der Kieler wünscht hier allen einen schönen Abend. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zu Insta. Felix Gerbert. Der schreibt hier ein bisschen mehr immer. Und es dreht sich eigentlich die ganze Zeit darum, dass er uns besuchen kommen möchte. Anfangs wollte er mit dem Trecker herkommen. Wäre ja mega geil, ne? Der kommt mit dem Trecker hergefahren und dann könnte ich auch mal Trecker fahren. Coole Idee. Und hier ist einmal Dinos 100. Der schreibt immer jede Menge hilfreiche Sachen. Dinos 100, schönen Gruß an dich nochmal. Er schreibt hier Kerstin Streich. Schönen Gruß an dich auch. Schönen Freitag und schönes Wochenende. So, wir haben ja jetzt Wochenende, ne? Also, moin lieber Adrian. Ich habe dein Video geschaut, wo du den Hering gegrillt hast. Super Video. Der Hering war bestimmt sehr lecker. Ich benutze schon lange Holzbrettchen, damit der Fisch nicht eingeölt werden muss. Habe dir einen Link geschickt, welche ich verwende. Auf diesen Brettchen kannst alle Fischarten drauf grillen. Ich finde es super, dass du mit Holz grillst. Das schmeckt alles noch viel besser als auf Kohle, finde ich. Ein Holzbrettchen, auf dem gegrillt wird? Wie soll denn das gehen? Also, gucken wir uns mal den Link an, ja? Was sagt ihr so dazu? Sehen die gut aus? Mein letzter TikTok-Beitrag war halt dieses hier. So, noch ein bisschen mehr als das? Also, da habe ich ja mein Grillvideo von YouTube in der gekürzten 1-Minute-Variante hochgeladen, sowie diverse andere. Und bei TikTok bin ich ja noch gar nicht so richtig drin, ne? Aber irgendwie kann man hier auch irgendwo die Kommentare sehen. So, jetzt wollen wir mal sehen, Ash ist aufgestanden. Das bedeutet, er ist gerade im Bad. Meine Schnucki hübscht sich gerade. Ash guckelt gerade. So, können wir hier mal kurz das Fenster aufmachen, damit hier mal ein bisschen frische Luft rein kommt. Da habe ich übrigens gerade hier bei Ash was richtig Geiles gebaut, ne? Ich habe ja hier seine zwei Solarplatten draußen. Das hier ist der Laderegler. Der ist an diesem Batterieblock dran hier unten, der hier steht. Da. Und ich habe hier zwei Kabel angebaut, die hinterm Sofa längs gehen zu der Lampe. Und hier unter dem Tisch zu der. Die haben also jetzt quasi Dauerstrom. So, und jetzt bin ich schon wieder auf der Kommentar-Couch gelandet. Und gucke noch mal eben bei Insta. Da schreibt mir hier RamonaBacher92. Ich muss ja mal sagen, wenn ich euer Sohn wäre, bei eurem Essen teilweise, würde ich auch auswärts essen. Es ist auch schade, dass ihr es sehr wenig schafft, mit eurem Sohn nicht einmal am Tag eine Mahlzeit zusammen zu essen. Er ist 13, da sollte es eigentlich so sein, dass man zusammen an einem Tisch sitzt. Schade eigentlich. Ja, hast du recht, da bin ich voll auf deiner Seite. Aber ich kann mich auch daran erinnern, als ich 13 gewesen bin, vielleicht war ich da auch 14, also auf jeden Fall in dem Dreh. Ich habe auch nicht mehr mit meinen Eltern gegessen. Da kommt man nach Hause. Und wann man nach Hause kommt, macht sich was zu essen. Und entweder geht man in sein Zimmer oder man isst das schnell in der Küche. Nur entweder sind die Eltern denn gerade schon fertig mit Essen oder die sind gar nicht da. oder die essen später. Man fängt halt irgendwann mal an, sein eigenes Leben zu drehen, also sein eigenes Leben zu leben. Da funktioniert das nicht mehr. Bei kleinen Kindern natürlich. Die gehen nicht zur Schule. Oder wenn, dann kommen die um 12 nach Hause. Die können doch nicht selbstständig machen. Aber bei Ash ist das halt so. Der ist ja selbstständig. Und wenn der, keine Ahnung, Schule hat und dann hat er nachmittags nochmal so einen zusätzlichen Kurs und abends irgendwann hat er Boxen und der muss sein Leben so drehen, wie er das lebt. Nicht wie wir das leben. Das ist ja nicht unser Leben. Also wir essen bestmöglich, wenn er nach Hause kommt. Aber das passt halt manchmal nicht. Was sollen wir denn machen? Sollen wir ihn zum Essen zwingen, wenn er gerade keinen Hunger hat? Vielleicht hat er auch mit Freunden irgendwo einen Döner geholt. Keine Ahnung. Sollen wir ihm das verbieten? Das ist doch Quatsch. Also ich denke, das ist schon in Ordnung so. Sicherlich hast du recht. Das ist schon ganz cool. So eine romantische Vorstellung. Dass man mit einer Glocke klingelt und dann kommen aus Einzimmern alle Familienangehörigen und essen. Das war glaube ich früher mal so. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwingen wir die hier zu nichts. Soll er das so machen, wie er das möchte. Und unser Essen ist ja nicht eklig, sondern gesund. Nur ein 13-Jähriger, das stimmt allerdings, der sieht das als eklig und gesund ist ihm doch scheißegal. Aber wenn der dann irgendwann mal so alt ist wie wir, wird er sich daran erinnern, dass seine Eltern mal das und das und das gegessen haben bzw. das und das und das nicht. Zumindest wird er schon mal davon gehört haben und das dann vielleicht auch mal in sein Leben integrieren. Hoffe ich zumindest. Ich glaube er ist jetzt fertig. Oh mein Schnuck ist auch fertig. Und für mich heißt es jetzt, da jetzt alle fertig sind, ab in die Badewanne. Ab ins Badezimmer. Und dann Zähne putzen, Haare waschen, duschen und so weiter und so fort. Ich mache aber jetzt mal die Kamera aus. Diesen Anblick möchte ich euch ersparen. Und wie frisch aus dem Ei gepellt. Ich bin jetzt fertig damit anziehen, baden, Haare und so weiter. Also im Grunde musste ich dann nirgends so viel machen. Mein Schnucki macht gerade hier den Ofen sauber. Wieder einsatzklar für den nächsten Betrieb. Ja. Falls das heute wieder so kalt ist, müssen wir den ja wieder atmachen. Ja. Wollen wir gleich los? Ja. Wo geht es denn? Was passieren denn? Bärlauch holen? Ja, kann ja. Oder einkaufen? Nee, einkaufen muss ich bitte mit dem Auto kaufen. Mehr Sachen. Möchte nicht schleppen. Du brauchst ein paar mehr Sachen, was denn? Wir haben den 1. Mai. Mai kringeln? Nein. Mai Party? Tanzt du den Mai? Ja genau. Wer tanzt dann alles mit? Wir. Warte, ich hab ne Idee. Komm mal hoch. Wir beide. Wann ist denn tanzen den Mai? Wann ist der 1. Mai? Heute ist der wievielte? 1. Mai ist... Übermorgen? Montag. Oder? Dann kommst du jetzt schon ein? Ich wollte eigentlich gerade mit dir tanzen. Wir müssen schon mal üben, in den Mai zu tanzen. Nein. In den Tanz zu meinen. Übrigens, Mai kringeln, ne? Das war ja früher mein... Oh, ich brauchte Mai kringeln, ne? Das ist so geil. Mit Marzipan. Ein... Oh. Könnte ich jetzt noch schwach werden? Aber seit Jahren gibt's das für mich nicht mehr. So. Was macht Ash? Keine Ahnung. Auf Klo. Ist noch nicht los? Also angezogen ist ja schon mal. Jacke ist startklar. Schulranzen ist startklar. Dann werden wir da wohl gleich los. Für mich gibt's jetzt die letzte Ölung. Nein. Eigentlich die erste Ölung. Die erste Ölung des Tages. Ich mazuliere mich. So. Bisschen auf die Hand. So. Und... Hm. Das soll ja so gut sein für die Haut, ne? Persönliche Gefahrendienst von Ash. Allerdings fällt er heute aus. Also Ash hat schon gefragt, ob er vielleicht zur Schule gefahren werden kann. Und was hast du gesagt? Ich habe dich gefragt. Man kommt in Staun, ne? Wie bitte? Ich hab dich gerade gefragt, dass du das Fahrrad rausholen hast. Hallo. Ich bin doch noch gar nicht angezogen und fertig und du schon. Krass. Ja. Also so ein Streit inklusive. Früh am Morgen kommt auch immer gut, ne? Auch mal schön, oder? Ja, wundervoll. Wirklich. So. Warum ist er denn zu spät? Das weiß ich doch nicht. Kennt ihr das? Dass man morgens, wenn man nicht rechtzeitig hochkommt und so, einfach mal zu spät kommt. Jetzt hier live dabei. Da wohl jemand sauer ist. So Mäuschen, wie sieht's aus? Ja. Kommst du noch rechtzeitig? Natürlich. Okay. Also. Und ich muss mich ja auch mal entschuldigen. Er hat es mir gerade erklärt, als die Kamera aus war. Er hat noch einen Vortrag geübt. Also. Das ist natürlich vorbildlich. Allerdings muss das trotzdem ja mit der Zeit stimmen, ne? Dass man noch rechtzeitig zur Schule kommt. Also du sagst, aber du schaffst das. Ja. Okay. Ja, ja. So. Und wir wollen auch gleich los. Wo? Hier wird gerade das Badezimmer aufgefrischt. Ja. Das muss ja alles sauber gemacht werden, ne? Nachdem die ganze Familie hier durchgetobt ist. Ja. So. Es geht los. Ciao. Ciao Kakao. Ciao. Ciao. Und wie viele Stunden habt ihr heute? Sechs. Sechs Stunden. Ja. Volles Programm. Vielleicht fällt auch was aus, ne? Ist nicht voll. Ist nicht volles Programm? Nein. Und was wäre denn volles Programm? Sieben. Okay. Okay. Also sieben Stunden volles Programm. Sechs Stunden. Da hast du ja richtig Zeit heute. Ja. So. Das ist kalt draußen. Ja. Viel Spaß in der Schule. Ciao. Ciao. Hast du irgendeinen Essenswunsch nachher? Nein. Pizza? Döner? Ciao. 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 Was für ein wundervolles Lebensjahr. Die ganze Welt ist schlecht. Nur man selbst nicht. Oh, das ist so ein schönes Statter, ne? Ja, blauer Himmel, die Sonne scheinen. Ein bisschen Frost haben wir denn heute auch noch. Es ist alles ein klein wenig gefroren. So, kleine Pause jetzt. Wir haben schon, oh, schon die Hälfte geschafft, Schnucki. Wir müssen jetzt eigentlich nur zurückgehen. Wir wollen Tabela holen. Ja, guck mal, da kommt jemand. Wo? Hast du Brot mit? Nee, ich hab gar nichts mit. Wir wollen was zu essen haben. Mhm. Aber wir sind doch schon so richtig die Rentner hier, ne? Auf der Rentnertreppe, nicht auf der Rentnerbank. Und füttern Enten. Also Kinder machen das gerne und Rentner, glaube ich, ne? Da drüben? Was ist das denn? Die haben schon ihre Kinder? Die Gänse? Mhm. Können wir das sehen da? Zwei? Mhm. Wann haben sie, wann, in welcher Kälte haben sie die bitte ausgebrütet? Mhm. Nee, die haben ja auch von Fell, ne? Oder Federn. Hey, hier kommen immer mehr. Wir sollten das nächste Mal Brot mitnehmen. Ja. Wann überarbeitest du das? Wann überarbeitest du das? Wann überwält? Das soll ja, also heute? Und schon arbeiten wir, während wir hier unterwegs sind, ne? Also ich denke, spätestens Montag, ne? Oder? Ja. Spätestens Montag. Ist das okay? Reicht das dann? Ah, nee, das ist ein Feiertag, ne? Aber reicht das trotzdem? Oder zweitag? Geht das sowieso nicht früher. Die arbeiten doch nicht. Ja. So kriege ich doch immer noch mehr Schritte drauf, ne? Wenn ich immer wieder zurückrennen muss. Hey, warte auf mich! Ja. 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 Ich hab das nicht früher schon creepier. Ja. Nein. Warte auf mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war noch kurz am Tümpel. Und hast du schon ordentlich was eingesammelt? Ich habe hier schon mal umhin reingesammelt. Oh, und die sind jetzt doch alle ein bisschen größer, ne? Ja, also nicht alle, aber viele. Also, auf geht's, Bärlauch sammeln. Also, das hier, für alle, die es nicht kennen, Bärlauch. Und hier kommen auch schon diese Blüten raus. Das bedeutet, bald ist die Bärlauchzeit vorbei. Okay. Also, müssen wir noch schnell alles abpflücken hier und einfrieren. Kann man das einfrieren? Meinst du? Ich glaube nicht, Nucki. Meinst du nicht? Dann müssen wir das pulverisieren. Oder wir kochen eine Bärlauchsuppe. Wir haben ja eine Karottengrünsuppe. Jetzt kommt die Bärlauchsuppe. Die Olchel hat auch. Ja, die Schleimsuppe. Also, da kann man bestimmt irgendwas Schönes draus machen. Und wir sind wieder zu Hause. Hier höre ich doch irgendwas. Ah, die Waschmaschine läuft. Natürlich mit Solarstrom. Das ist doch so genial, ne? So, wie viele Schritte haben wir denn? Mal gucken. Na ja, sind nicht ganz 10.000 geworden. Aber 9.483. So, das hier ist unsere Bärlauchausbeute. Das muss ja mal gewaschen werden. Und dann muss jetzt Frühstück gemacht werden. Haben wir noch Joghurt? Den selbstgemachten. Da, da, da. Hier ist noch ein bisschen was. Das nehmen wir mal. Mh, lecker. Und da kommen jetzt diverse Sachen rein. Ich glaube, das habe ich schon 100 Mal gezeigt, ne? Soll ich es noch 100 und einmal zeigen? Na gut. Also, ein paar von den Blaubeeren. Und ein bisschen, ein paar Erdbeeren können wir heute mal rein. Tiefgefrorene. Dadurch wird das ja fast wie Eis. Die letzten Himbeeren habe ich, glaube ich, gestern da reingekippt. Aber Himbeeren sind wichtig. Himbeeren sind wichtig. Wie bitte? Wir brauchen noch tiefkühlen. Ja, immer. Können wir immer gebrauchen. Und hier ist noch was von gestern. Das können wir auch noch essen. Oh ja. So, also, alles aus dem Kühlschrank haben wir. Und da brauchen wir noch irgendwas. Ne, ich glaube nicht. Dann, ach so, doch. Hier, Weinlussöl. Und ein paar Kerne, also Sonnenblumenkerne. Und dann Nüsse. Hier ist noch ein bisschen was an Weinlüssen und Mandeln. Die können wir auch noch da rein. Haben wir alles? Ja. Zitrone. Gestern haben wir keine Zitrone gehabt. Wir müssen noch Zitronensaft machen. So. Machen wir mal zwei Zitronen. Und eine Grapechrot. Das dauert ja auch immer, bis man das alles fertig hat. Wäre doch viel einfacher, wenn man sich ein Brötchen nimmt, aufschneidet, Nutella rauf, fertig. Anstatt dessen muss man hier erstmal alles zusammensuchen, was man so braucht, um alles fertig zu machen. Und los geht's. So, in meinem OPC-Buch habe ich gestern gelesen, dass die Vitamin C extrahieren aus Zitronenschalen. Also nicht aus der Zitrone, sondern aus Zitronenschalen. Wie geht das? Weiß das jemand? Und fertig ist unsere Vitamin C-Bombe aus zwei Zitronen und einer Grapefruit und ein bisschen gefiltertem Wasser. Wie weit sind wir denn hier? Und Schnucki hat hier noch ein bisschen drin im Joghurt rumgerührt. Hast du das Alte mit dem Neuen zusammengemixt? Ja. Gute Idee. Und das wäre es jetzt auch mit unserer Morgenroutine. Was kommt bei dir heute Schönes? Ach, ich weiß auch nicht, einen Vlog. Und was machst du so Schönes in dem Vlog? Eine Banane? Und bestimmt noch ganz viele andere. Also komm, verrat mal ein bisschen was. Ich weiß es nicht. Ich kann auch noch, was der Tag so gut sich bringt. Das ist bei dir jetzt den ganzen Tag. Man kann es ja nicht planen. Tages Vlog. Ja. Also gut. Tages Vlog bei Marie. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.